Die Visite präsentiert von Emil Frey, euer Motorcenter Bern, mit Kia Motors. Und Helene Kirchhofer, Uhren und Schmuck ganz nach eurem Geschmack. Und von Ernie Bern, Ernie, unglaublich schön. Liebe Zuschauer, hallo liebes Tele-Bären, ich freue mich riesig. Wir sind in Kerzers und danach, nach Kerzers, gehen wir Blindenfußball spielen. Also wir gehen mit Jugendlichen, ich freue mich riesig, die haben mich iklade. Mir bringen sie Blindentorball, so heißt es richtig, bye. Und ich bin echt gespannt und ich habe jetzt schon viel Freude an die Jugendlichen, das weiß ich jetzt schon. Und hier sind nun die Angaben von Kerzers. Und ich habe ein E-Mail bekommen und zwar, du, Herr Telefon. Ich schmies. Ah, Mama. Mama, ich bin am drehen. Ja, ich arbeite wirklich beim Fernsehen, Mama. Was soll ich dir noch mitbringen? Was zum Essen? Ja, was denn? Schon wieder? Hättest du so oft Hunger? Tele-Bären, kennst du meine Sendung? Nein. Wieso nicht? Ich bin der Peter, hoi. Ich gehe immer zu den Leuten und gucke, ob sie Tele-Bären haben. Dann kann man immer preisen, bin ich ein Hecht-Tele-Bären wenigstens. Ja, ich habe Tele-Bären. Ja, dann wollen wir schnell schauen. So, auf wem Kanal hättest du denn Tele-Bären? Tele-Bären. Oh, so weit oben. Hoi. Wie geht's? Wer bist du denn? Nico. Nico. Also, kannst du schon mischen? Nico. Noch nicht. Ja, dann mach. Einfach durcheinander bringen. Also, pass auf. Valentina, musst du losgehen. Das ist meine Karte. Da geht's um den Gutschein für Mama. 100 Franken Hellenkirchhofer. 100 Franken Schmuck. Das ist gut. Und da geht's am Ende des Jahres ums Auto. Okay? Ist die nächste Karte höher oder tiefer als das Drü? Was sagst du? Höher oder tiefer? Äh, hoch. Mama, was sagst du? Also, umdrehen. Also, höher. Den Gutschein hättest du mal gewonnen. Gut. Nicht schlecht, hä? Kinder, juhu. Super. Ist ja auch Schmuck, interessiert euch nicht, ne? Genau. Nein, ist noch nicht fertig. Noch einmal. Valentina. Und dann gucken wir Pipi Langstrumpf. Höher oder tiefer als das Achte? Höher oder tiefer? Tiefer. Tiefer. Okay, tiefer. Umdrehen. Tiefer. Super. Hey, jetzt spielt am Ende des Jahres ums Auto. Und das war's. Jetzt bist du? Super. Hä? Telebern Löhmann. Jetzt komm mich nimmer. Tschüss. Hey, tschüss Kinder. Tschüss Kinder. Tschüss. Viel Spaß im Kinski, hä? Da ist sogar jemand daheim. So, grüzi. Grüzi. Telebern, grüzi. Kennen Sie meine Sendung? Ich gange immer zu den Lüther und gucke, ob sie Telebern nennt. Auf wem Kanal hättest du? Auf dem 18. 18. 18. Ja, das ist nicht so gut, aber das lassen wir jetzt. Das ist nicht so gut gelten. Ja. Du musst nochmal zwischen 1 und 9 haben. Dann spielst du noch um die Frau für einen Gutschein. 100 Franken, Schmuck. Also, Mischle. 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 Pass auf, das ist ganz einfach, das Spiel. Oh, das geht. Den Gutschein hast du für deine Frau schon gewonnen. Das sage ich. Helen Kirchhofer, 100 Franken. Nächste Karte höher oder tiefer als das Ass? Ja. Da ist sie. Okay, umdrehen. Gut, den Gutschein hast du schon mal für die Frau. Du brauchst kein Weihnachtsgeschenk mehr. Eben. Ja, da freut sie die Frau. Und die nächste Karte höher oder tiefer als das Teufel. Umdrehen. So. Schon fertig? Spielst du am Ende des Jahres ums Auto? Danke. Viel, viel Mal. Schöne Zeit, gute Gesundheit. Und jetzt gehen wir mit dem Blindenfußball spielen. Liebe Zuschauer, wir haben jetzt schon gesehen, was die Jugendlichen und Kinder hier machen. Das ist ununglaublich. Das heißt, Torball ist eine Art Ballspiel mit Händen und nicht Füßen. Ganz genau. Ja, das ist Marcelo, das ist Yannick und die beiden trainieren, die Kinder und die Jugendlichen und die machen das sensationell. Ganz genau. Viele sind fast blind oder haben eine sehr extreme Sehbehinderung, kann man so sagen. Und damit alle die gleiche Fairness haben, werden die Augen verdunkelt. Genau. Und der Ball hat eine Glocke. Genau. Was ist noch besonders? Dass wir zwei Seile haben. Ja, die gespannt sind mit auch Glocken. Genau. Und der Ball muss unten durch. Wie oft trainiert ihr mit den beiden? Die Ziste trainieren die Kleineren und am besten die Älteren. Okay. Also, und ich darf mitmachen. Jawohl. Ich bin echt gespannt. Also, da fangen wir mal an. Wir gehen nochmal jetzt auf so eine Matte. Ich erkläre euch, wofür die ist. Da ist jetzt zum Beispiel eine Matte drunter, eine rutschfeste Matte und darauf ein Teppich. Jawohl. Und wenn er den Ball hört, der Vincenz, der Vincenz ist hier, da macht er was für eine Bewegung. Vincenz, kannst du das mal zeigen, was du für eine Bewegung machst, wenn der Ball jetzt kommt? Du machst dich sehr lang. Also, jetzt wird alles blind. Wer ist denn rechts? Kann ich den mal fühlen? Wer ist rechts? Ich habe einen Fuß. Wer ist das? Florian. Flo. So, also, und links, so, jetzt muss ich schnell lurch. Ey, das ist ja ure Schwange. Gilles, wo bist du? Hier. Bist du das? Okay, also, komm, wir lassen da keinen Dure. Zwei noch. Nein, ich habe ihn doch gehabt. Super abgewöhnt. Super abgewöhnt. Super abgewöhnt. Jill, wie alt bist du jetzt? Vierzehn. Vierzehn. Und du hast eine Sehschwäche von wie viel? Äh, weiss nicht. So ein, zwei Prozent. Ja. Ja, aber du siehst, wie ich aussehe, was ich mache. Er sieht nur nicht meine Augenfarbe und du hast super gespielt, Jill. Richtig. Hammer, Hammer. Hey, wirklich ohne Scheiß, du siehst nichts. Und nach einer Zeit kannst du dieses Geräusch, unglaublich. Also, es macht so viel Spaß und ich habe einen riesen Respekt vor den Jungs. Einen riesen Respekt. Hey, drü, drü, dieses Tor entscheidet. Das Tor entscheidet jetzt, Jungs. Nein, wir haben verloren, Jungs. Hey, ihr habt gewonnen. Hey, super. Shakehands. Hammer, Jungs. Hey, danke vielmals, dass ich mit dabei sein durfte. Habt ihr super gemacht. Ihr habt verdient gewonnen. Oder? Wir gewinnen nächstes Mal. Hey, ich komme wieder. Chill, danke vielmals. Hey, merci vielmals, das Marcelo. Auch danke vielmals. Liebe Zuschauer, das war ein Hammer. Falls ihr mal sowas sehen wollt, Meisterschaften oder so, meldet euch an die Adresse. Es ist ein Hammer. Ohne Scheiß. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Die Visite präsentiert von Emil Frey, euer Motozenter Bern, mit Kia Motors. Und Helene Kirchhofer. Uhren und Schmuck ganz nach eurem Geschmack. Und von Ernie Bern. Ernie. Unglaublich schön. Und wenn wir es lieben können. Ernie. Ich bin es immer noch crush auf сюда. Aber ich bin es 大 Moses verletzt. Ich bin es natürlich imquaGRнут.